So, hallo, willkommen zu diesem neuen Feuerwerksvideo. Heute gibt es wieder ein Displayöffner. Ich habe hier die Bonsai, die Mini-Fontänen von Nico, im Display. Das ist 3 Meter Effekthöhe. Ja, und das ist natürlich richtig schwerer Schinken, hätte ich beinahe gesagt. Display halt. Und, ich stehe mal irgendwo noch mehr drauf. Das übliche hier. Achso, hier hinten. Ja, dann sind das 24 Schachteln. Also, jeweils ein Stück 24 in dem Display hier. 158 Gramm, aber 760 brutto. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es geht los. Einmal, zweimal und dreimal. Komm hoch. Oh nein, ich will es nicht kaputt machen. So. Ah, so sehen die aus. Wow. Wie so Mini-Schachtel mit kleinen Glühbirnen drin oder sowas. Echt. Fernöstliche Feuerkunst. So, sehen die aus. Kleine Teile. 6,6 Gramm. Nicht mal so schlecht. Also, ja. Na, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Und ich zünde einfach mal. Ach, hier steht da nochmal alles drauf. Ja, schön. Ach, ich zünde einfach mal drei Stück. Wenn schon, denn schon. So, und natürlich, wie immer, gehört das Aufklappen noch mit dazu. Ja. So, jetzt der Bonsai. Mal sehen, ob ich ihn gleich noch am Slimer anzünden kann. Ja. Ich habe immer Angst, dass das durchzündet. Ja, ist schon nice. Und jetzt gleich nochmal zwei nebeneinander. Wow. Okay. Also dann. Tschüss. Und wir sehen uns bei neuen Videos. Sind schon Top-Teile. Ja. Und jetzt mal hier dobst. Ja.